Hi, Christian hier von der Aktienrunde, eurem Kanal mit viel wertvollem Wissen zum Thema Daytrading neben der Arbeitszeit. Ja, heute ist wieder Montag und deswegen erzähle ich euch heute ein bisschen was über den Avisom Oszillator. Und der Avisom Oszillator gehört zu den Standardindikatoren von den meisten Brokern, so auch hier bei IQ Option. Und den findet ihr hier in der Navigation bei Indikatoren und dann einmal hier auf Avisom Oszillator drücken. So, hier können wir zuallererst einmal die Basiszeiträume lassen, denn der Avisom Oszillator funktioniert folgendermaßen und zwar haben wir hier zwei kleidende Durchschnitte, einen mit einer langen Periode und einen mit einer kurzen Periode. Können wir hier an dem Zeitraum sehen. Einmal haben wir nämlich hier die 34er Periode und die 5er Periode. Ja, und hierbei ist es einfach so, dass der lange Durchschnitt vom kurzen abgezogen wird und das Ergebnis quasi als Durchschnitt visualisiert hier unterhalb vom eigentlichen Chart als Oszillatorbewegung angezeigt wird. Ja, wie wir es hier sehen können. Und hier muss man beachten, dass es quasi drei verschiedene Arten von Einstiegssignalen gibt. Zum einen hätten wir natürlich zuallererst einmal das kreuzende Nulllinie, wie wir es hier sehen können. Dann gibt es noch die Untertasse, die zeige ich euch natürlich gleich auch noch. Und als drittes haben wir dann noch die zwei Gipfel. Ja, also insgesamt gibt es drei verschiedene Einstiegssignale, die uns der Avisom Oszillator angibt sozusagen. Und interessant ist vor allem aber auch an dem Indikator, dass er vor allem für die kleinen Timeframes besonders interessant ist, daher hier ziemlich gut und zuverlässig funktioniert. Also sprich im 1 Minuten, 5 Minuten und 15 Minuten Chart. Und das ist natürlich auch wichtig für uns, wenn wir beispielsweise mit binären oder digitalen Optionen handeln wollen. Also da kann ich einen Avisom Oszillator eigentlich recht ordentlich empfehlen, meiner Meinung nach. Und hier sind wir jetzt aktuell im 4-Stunden-Chart und ich denke, dass ich euch dann jetzt gerade mal die Einstiegspunkte noch kurz erkläre. Denn im Grunde genommen funktioniert der Avisom Oszillator ziemlich einfach und ist gerade deshalb für Anfänger ideal geeignet, um die ersten Gehversuche bei der Trendbestimmung bzw. bei der Marktbestimmung herzuleiten. Ja, zur Funktion dieses Indikators muss man eigentlich gar nicht so viel erklären. Der ist eigentlich relativ simpel und am besten, denke ich, ist es, wenn man das Ganze so erklärt, und zwar sehen wir hier unten diese Balken, die sind entweder rot oder grün. Grün bedeutet einfach nur, dass der aktuelle Balken größer ist als der Balken zuvor und rot bedeutet im Umkehrschluss eben, dass der aktuelle Balken eben kleiner ist als der Balken zuvor. Und diese schlingelnde Bewegung, was wir hier entlang der Nulllinie haben, daraus können wir dann letztendlich unsere Einstiegsmuster bzw. unsere Einstiege planen. Und wie das Ganze aussieht, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ja, unser erstes Einstiegsmuster ist das sogenannte Kreuzen der Nulllinie und das können wir bereits hier gut erkennen. Hierbei handelt es sich um ein bullisches Cross, also das Kreuzen der Nulllinie von unten nach oben hingesehen. Und das signalisiert uns einen möglichen Anstieg vom Kurs. Das können wir hier halt auch gut beobachten, dass der Kurs hier wirklich long gegangen ist. Und die Stärke dieses Trends, also dieses Momentums, das wird anhand dieser Größe von diesen Balken bestimmt. Also hier sehen wir, dass es hier einen starken Anstieg gegeben hat, der dann letztendlich hier nochmal über kurz oder lang nochmal etwas nachgelassen hat. So, das gleiche Muster gibt es natürlich auch in die Gegenrichtung. Das Ganze nennt sich dann Bearish Cross und das ist natürlich dann unser Einstiegssignal für einen Abwärtstrend bzw. für eine Verkaufsposition und sowas können wir hier gut erkennen. Ja, und hier lässt sich dann halt auch ableiten, dass wir es hier mit einer Abwärtsbewegung im Markt zu tun haben. Und wie gesagt, das Ganze funktioniert recht gut in den kleinen Timeframes und solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn er gerne binäre Optionen handelt oder aber digitale Optionen. So viel am Rande. So, dann kommen wir auch schon zu unserem zweiten Einstiegssignal, der Doppelspitze. Unter einer Doppelspitze verstehen wir ein Einstiegssignal, welches als Einleitung für das eigentliche Signal gedeutet werden kann, nämlich das Kreuzen der Nulllinie. Und das Ganze schaut wie folgt aus. Wir haben zwei Spitzen, welche unterhalb der Nulllinie liegen. Zum einen hätten wir hier die erste Spitze, hier die zweite Spitze. Die zweite Spitze muss zudem oberhalb der ersten Spitze liegen und gefolgt sein von einer weiteren grünen Balkenlage, wie wir es hier sehen können. Und diese Mulde, die muss ebenfalls unterhalb der Nulllinie liegen, damit man das Ganze dann als bullisches Einstiegssignal deuten können. Und wie wir hier sehen, kamen dann halt auch wirklich ein paar Balken danach schon unsere Kreuzung von der Nulllinie, was natürlich dann letztendlich für unseren Aufwärtstrend spricht. Das Ganze kann man natürlich auch im umgekehrten Sinne als Einstiegssignal deuten für eine Verkaufsposition. Das Ganze würde dann so aussehen. Wir befinden uns oberhalb von der Nulllinie. Die erste Spitze liegt deutlich höher als die zweite Spitze. Und die zweite Spitze, die wird dann wieder gefolgt, hier von einer roten Balkenlage, bis dann letztendlich hier nochmal unsere Kreuzung vom Nullpunkt kommt. Es ist, sage ich mal, so eine Früherkennung, sage ich mal, wo man dann halt da schon überlegen kann, ob man dann einsteigen möchte. Und ja, wie gesagt, ich persönlich handle die Doppelspitze nicht so wirklich. Ich gucke halt wirklich nur auf diese Trendumkehr, sage ich mal, beziehungsweise dieses Kreuzen der Nulllinie. Aber das ist ja jedem selbst überlassen. Und am besten selber mal gucken, wie ihr am besten klarkommt. Dann würde ich sagen, kommen wir zum dritten und letzten Einstiegsmuster der Untertasse. Und die sieht wie folgt aus. Ja, die Untertasse als Muster im Aversum Oszillator ist sozusagen ein Frühindikator, beziehungsweise ein Frühwarnsignal und fungiert sozusagen als erste Prognose, wo man hier in der Chartanalyse, sage ich mal, darstellt. Und das Ganze funktioniert wie folgt. Wir befinden uns oberhalb der Nulllinie und haben mindestens zwei rote Balken gefolgt von einem grünen. Dann ist das ein ausschlaggebendes Zeichen dafür, dass wir es mit einem Kursanstieg haben zu tun. Und das kann man hier sehr gut erkennen. Denn nach diesem roten, ich sage mal, Getummel hier, gibt es dann nochmal hier einen starken, bulligen Anstieg hier, wie wir es hier auch sehen können. Ja, hier haben wir einen großen Ausschlag, was für eine große Volatilität im Markt spricht. Das Ganze funktioniert natürlich auch in die Gegenrichtung, also in die bärische Richtung. Und wie das aussieht, das zeige ich euch auch nochmal kurz. Wir haben mindestens zwei grüne Kerzen unterhalb der Nulllinie, gefolgt von mindestens einer roten Kerze, beziehungsweise von einem roten Balken. Und wir sehen es hier im Chart. Ja, das war dann sozusagen ein ausschlaggebendes Signal für eine kleine Kursbewegung nach unten. Ja, das Ganze hier nicht gerade so volatil, wie es hier zu sehen war, aber die Bewegung war gut zu deuten. Ja, so, dann würde ich sagen, das war es wieder für heute. Ich würde mich freuen, wenn es dem einen oder anderen von euch gefallen hat. Und wenn ihr einen Daumen oben da lasst und unseren Kanal abonniert, falls noch nicht geschehen. Ansonsten sehen wir uns natürlich wie immer im nächsten Video. Bis dahin sage ich Tschüss und viel Glück beim Handeln. Euer Christian. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Bis dann.